Nächsteorie, Massenlebung. Waffen, Zielverfügung, 10 Minuten. Okay. Wo ist denn Wilkaz? Wo Wilkaz? Da ist er. Und bitteschön. Wilkaz ist jetzt super strong. So, hab ich 2 Betränke, 2 Gewandtheit. Nee, 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 2 Entwaffen, nee, das klappt nicht. Nein, 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 nein. Tote Stärke, nein, Terminveränderung. Beserker, nee. 3 3? Ja. Und, hab ich sonst noch 2 Betränke? Äh, nö, eigentlich. Zerstörung. Okay. Jetzt will ich aber mal hier... Ah, ich brauch Heilung. Und ich hab keine Heilung. Das gibt's doch nicht! Warum krieg ich diese Banditen nicht klein? Ich glaub, ich kotz gleich. Das ist doch unfassbar. Ich krieg diese scheiß Banditen einfach nicht klein. Ich muss doch irgend, irgendwas haben. Ah, nee, 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 nee. Ich geh mal diesmal nicht so oft tief rein. Hier. Da. Dort. Nur noch einen. Jetzt müsste das doch eigentlich... Ich dachte, die ist jetzt relativ geschwächt, aber... ...anscheinlich. Ich kann euch nicht... Ich kann euch nicht... Nicht töten, da hast du voll dein Reicht. So... Geister der Untoten, unter du bist... ...ne, ne, 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 ne. Wenn ich damit... ...wenn ich mich damit selbst verzaubern könnte. Das wär ja gut. Aber es geht leider nicht. Es ist unmöglich. Boah, ey. Wika, was kommst du dir hinten überhaupt klar? Wir werden... Alter. Bleib halt stehen. Ah! Du Spacko. Ey, ich treffe nichts. Und drauf hin! Jetzt stirb halt! Mann, das gibt's doch nicht. Ah ne, die alte schon wieder! Verpiss dich! Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche Gesundheit. Heilung, 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 Heilung... Was ist denn das? Nein, ich will Heilung. Da. Ah, das hat mir jetzt viel gebracht. Nein, das will ich noch nicht. Nein, das ist so. Ja. Ich will halt das halt auch... Da hast du... Da hast du... Da hast du... Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, fickt euch hier scheißmaldie. Ich geh jetzt einfach um euch herum. Ich geh jetzt einfach um euch herum. Ich geh jetzt einfach um euch herum. Oh nein, jetzt folgen die auch noch, oder wie? Was denn? Aufhören! Ja, Schweine! Ja, du Schwein! Ja, leck mich am Arsch. Ich bin schon wieder fast tot. Das gibt's gar nicht. Oh Gott. Äh, das. Und laufend. Nimm die Beine in die Hand. 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 Was sind das für Kollegen? Guckt mal. Ihr hättet nie herkommt. Äh... Ja, danke. Offensichtlich Vampire! Ja, danke. Ey, wenn mich nicht die Banditen erledigen, tun sie es wie die Vampirjäger, oder was, ey? Es geht nicht mit euch. Moment mal... Auf welchen Schwierigkeitsgrad hab ich eigentlich? Einstellungen... Gameplay... Adapt. Das ist ja auch schlimm. Versteh ich gar nicht, was hier los ist. Warum die mich die ganze Zeit töten? Ich glaub's nicht. Und Silberring. Ja, leck mich fett. Schon wieder hinter mir her. Gebt auf! Sonst kommt Wilkaz und haut euch auf die Fresse. Sagt jetzt dafür, dass er das kann. Wilkaz, bleib verdammt noch mal stehen! Danke. Jetzt haben wir gar nichts erreicht. Doch, Wilkaz hat Power. Bei der Macht von Greyskull. So, Fireball, Fireball, Fireball. Das müsste aber auch irgendwann mal langsam so ein bisschen reichen. Eigentlich andauernd Zauber aufwirken. Ja! Fick dich! Scheiß Türle! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ich compete! 1988 Der Banditenwolf, na wenigstens ein Wolfspelz, kurze Notiz, Piedina, Satoji, ein bisschen Gold, Wolf hier, ein bisschen Wolfspelz, na gut. Wird Wilkers dahinten mit dem Banditen fertig? Man weiß es nicht. Wenn er uns irgendwann folgt, werden wir es herausgefunden haben. So, jetzt gucke ich erstmal und entdecke das hier, was ich glaube ich schon einmal entdeckt habe, aber ist ja auch egal. Dann entdecken wir es halt nochmal. Wacht dann vom Weißlauf. Wer hätt's gedacht? Was macht ihr denn da? Das weiß ich auch nicht so genau. Oh man, das wollte ich machen. Du bist ja unfair. Warum ruckelt das denn heute so? Das ist ein bisschen nervig. Seht ihr auch schon wieder? Okay, jetzt aber totaler Einbruch hier. Ich glaube da hinten ist es. Ich glaube da hinten ist es. Ich habe Hoffnungen. Und Träume. Und Wünsche. Und ich wünsche mir, dass es das da hinten ist. Was ich suche. Wo ich die Special Waffe kriege. Für Wilkers. Jupptiii. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Warum hat er mich eben nicht angegriffen? Die ist ja ein bisschen seltsam. Ja, ich glaube das ist es. What the fuck sind hier viele? Mammuts. Ey Mammut. Ey Mammut. Mammut. Hallo Mammut. Will dir nichts tun. Bin ganz lieb. Ein kleines Mammut. Hallo großer Riese. Ey ganz ruhig Bruder. Machst du keinen Stress? Dann mache ich keinen Stress. Alles gut Dicke. War das nur hier oder war das nicht hier? Aber ich glaube es war hier. Sturmruh genau. Huuu schnell. Ist der hier ein Schatz? Ja das ist ein Schatz. Ähhhhh. Kann ich verstecken? Okay. Ich hab das. Ist nur ne mickige Expertenruhe. Die knackig. Oh oder auch nicht. Aber ich glaube die knackig. Komm schon. Ist nur ne mickige Expertenruhe. Ja. Ne. Ja. Ja. Jaaa. Ne. Okay. Da muss ich mal eben auf Wilkas warten. Weil ich glaube hier war das. Ja. Nämlich bloß nicht ganz ruhig hier. Nein Wilkas. Sag mir bitte nicht. Du hast dich grad mit dem Riesen angelegt. Okay. Ich befürchte Wilkas hat sich mit dem fucking Riesen angelegt. Warum machst du denn sowas? Leg dich doch nicht mit dem Riesen an. Ist generell ne schlechte Idee. Naja. Ich steck schon meine Waffen weg. Ist Wilkas jetzt enkeltisch tot? Du Vollidiot. Wilkas du bist ein echter Vollidiot. Okay Leute. Scheiß mal auf Wilkas. Dann kann ich euch leider nicht zeigen was ich euch zeigen wollte. war eigentlich ein geheimer Pfad hier hoch. Ähm. Da hoch. Irgendwie so. Was ist denn das jetzt? Das war auch irgendwo hier oben. Oder war das nicht hier? Doch das müsste hier gewesen sein. Aber ich kenn den Pfad sowieso nicht mehr. Also von daher ist das ja eigentlich relativ egal. Mann. Wo ist denn das? Muss ja irgendwo bei dem Lager sein. Hier oben war das irgendwo. Hier ist der Totenkopf. Aber das ist doch nicht hier. Gepisst dich Riese. Ich hab dir nichts getan. Also tu mir nichts. Das war Wilkas. Der hat dich angriffen. Naja. Okay. Vielleicht war es doch nicht hier. Auf jeden Fall liegt hier sonst halt so ein Knochen rum. Wie in die Riesen schwingen. Und ähm. Ja. Den hätte man denn Wilkas geben können. Als Waffe quasi. Aber das hat sich ja nur erledigt. Da Wilkas jetzt eh tot ist. Was mich. So allgemein gesehen. Nicht besonders stört. Denn dann hol ich mir einfach einen anderen Begleiter. Und der Riese. Der hinter mir stört mich schon etwas. Frabriese. 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 Haust du ab. Rieser Riese. Sei brav und verfestigt. Oh Gott. Da sind ja noch mehr. Ich laufe von einem Riesental ins andere. Frabriese. Komm schon. Lauf lauf lauf. Auf miste Bandit stars. Are. Wenn man waren. Wer war oder wenn es begint? klar